Jo, was geht ab? Ihr wisst wer es ist. Es ist euer Junge, der Junge Roscoe aka der Junge Albino mit seinem ersten Vlog. Wir bereiten uns gerade vor ins Gym zu gehen. Jetzt wird der Pre-Workout-Drink gesippt und ja, dann melde ich mich gleich zurück, wenn ich auf dem Weg ins Gym bin. Ach, eine Sache noch, bevor ich ins Gym gehe, wollte ich noch mal zeigen, was ich mir heute gekauft habe. Hier ein neues Mikrofon mit Popschutz und Ständer und Spinne, damit auch in Zukunft richtig geil recordet werden kann. So, ich gehe jetzt ins Gym. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Gym. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich das machen soll im Gym. Also ich kann ja da schlecht filmen die ganze Zeit und einfach labern. Aber ich lasse mir da schon was einfallen. Klasse Wetter heute auf jeden Fall. Heute im Gym werden die Arme trainiert. Ich bin schon richtig heiß. Der Booster hat schon angeschlagen. Das Gesicht juckt. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin sehr hyped. Ja. Leute fragen mich natürlich auch immer, wie ich mein Training splitte. Ich mache das so, montags mache ich die Beine, die vorderen Quadrizeps und hinten die Waden. Am Dienstag mache ich immer Brust, Mittwoch, Rücken, Donnerstag Arme, Freitag hinteren Beine und Waden. Und samstags die Schultern und sonntags gehe ich dann meistens auch nur in die Sauna. Und das Schöne natürlich am Gym für mich ist, dass es nur eine Minute von zu Hause weg ist. Auch immer sehr herrlich, nicht so weit laufen zu müssen. Was kann ich denn noch erzählen? Ach ja. Leute fragen mich auch immer, ja, junger Roscoe, was hörst du denn so für Musik beim Training? Ähm, Musik ganz unterschiedlich, also beim Training alles Mögliche. Ähm, zur Zeit sehr gerne Kodak Black. Finde ich sehr nice. Und das werde ich mir auch heute sowas von reingönnen für die Arme. Kann ich vielleicht mal zeigen, wenn man es auf dem Handy sieht. Muss ich mal sehen. Ähm, Moment. Ja, also, ähm, der Truck, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist sehr, sehr lit. Der ist gut für schwere, schwere Sets. Ähm, wenn ich jetzt ins Gym reingehe, werde ich die Cam erstmal ausschalten. Vor allem wegen der Umkleider. Ich muss ja mein Stuff wegpacken. Und, da drin kann ich ja schließlich nicht filmen. Aber ich lasse mir jetzt was einfallen fürs Workout. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Training. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ein wenig Geld. Bittes raus siehst, für mich. Bole, kei, boppen da, water, bad hole, jerking. Es ist ein Party, es ist ein Party, es ist ein Party. Es ist ein Party, es ist ein Party, es ist ein Party. Das ist ein Party, es ist ein Party. Das ist ein Party. Das ist ein Party, das ist ein Party. Roll up the lights, I'm tryna get fucked up It's a party, it's a party, it's a party It's a party, it's a party, it's a party I stay up in the club, rollin' up that loud shit My weed keep your security set, be quiet My breasts start a riot, the girls get excited Hold on, wanna try it, I'm like, we're not trying My sweat, they wanna buy it, my juice, they wanna try it Club goin' stupid, when I owe that do it Jerry got a chew, juggin' and she movin' Grocery billin', nigga, who you killin'? Bro, two years ago, now I'm worth a million Jaxin' to the ceiling, that's how we ballin' You know that I'm rollin', to another beat, man Now I'm about to beat up, in the club with the hit I got a whole lot of money, bitches got it from me It's a party, it's a party, it's a party It's a party, it's a party, it's a party I got a whole line of money, bitches got it from me Bottle V, poppin' and white, the bad old jacket It's a party, it's a party, it's a party It's a party, it's a party, it's a party So meine aktiven Spritzer, das Workout ist beendet, war okay und ich habe mich jetzt entschieden ich werde im Gym jetzt nicht direkt den Beat auch weiter machen, sondern ich werde einfach das Training so zusammenschneiden und mit Musik unterlegen, damit man halt einfach eine Idee von meiner Workout-Routine bekommt. Ja, ich habe mir noch überlegt, wenn ihr Bock habt, mache ich euch eine Spotify-Playlist mit meinen Workout-Tracks, wenn ihr richtig Bock darauf habt, ich würde sagen, bei zwei Likes wird sie gedroppt. Und das Weitere habe ich mir auch überlegt, so eine Frage, die mir auch oft gestellt wird, ist, was ich denn für Lieblingsübungen im Gym habe. Und da habe ich jetzt ein bisschen überlegt. Und ich denke, meine Lieblingsübungen sind Lang-Hand-Bizeps-Curls, die mache ich sehr gerne. Was mache ich denn noch gerne? Lat-Zug gefällt mir auch sehr gut und die dritte ist schwer. Also, ich hätte gesagt Bankdrücken, aber wegen meiner Schulter kann ich das halt nicht mehr so gut machen. Aber ja doch, ich gebe es zu Bankdrücken. Vielleicht noch etwas, was ich aufklären sollte. Ich habe hier einen viel zu großen Pullover auf dem Ironfit steht. Und der Hintergrund zu diesem Pulli ist, dass mein Dad ist ja Bodybuilder und seine Posersuits, also quasi diese Unterhosen, die man während den Wettbewerben trägt, die werden von so einer Firma namens Ironfit gefertigt und die haben ihm diesen Pulli zukommen lassen. Und den habe ich jetzt von ihm bekommen. Und den ziehe ich halt manchmal beim Training an, weil er halt baggy ist und bequem ist und so. Auf jeden Fall wird sich jetzt erst mal ein richtig geiler Shake gemacht. Ich werde es euch dann mit in die Küche nehmen und dann gibt es noch Essen. Also bis gleich. Yo, gönnt euch das rein Freunde. Chicken mit Couscous und Sri Rapsha. So nice. Wird jetzt gegönnt. Danach noch ein Shake. Ich zeige euch dann auch noch welchen. Essen war grandios. Jetzt werde ich mir dieses dreckige Ding hier rein gönnen. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich glaube schon. Also das ist Birthday Cake Geschmack. Whey. Von Optimum Nutrition. Sehr nice auf jeden Fall. Und das hier ist übrigens keine echte Gun, sondern eine Airsoft Gun. Ja. Aber dieses Protein wird sich jetzt gegönnt. Ich trinke es immer mit Milch, weil ich finde dann schmeckt es besser. Aber Mandelmilch ist auch sehr nice. Aber Mandelmilch ist halt auch sehr teuer. Und Wasser ist nasty. Damn so nice einfach. Bester Nachtisch. Nun gut meine Freunde. Das war es jetzt von diesem Vlog. Ich möchte jetzt nicht allzu hohe Ziele stecken. Aber ich würde sagen bei 6 Likes kommt was neues auf den Channel. Ich werde euch noch nicht sagen was. Es kann alles mögliche sein. Es muss jetzt nicht ein Gym Vlog sein. Ja und als abschließende Worte würde ich noch gerne alle grüßen. Vor allem den Channel Kiltrick Kiltrick. Sehr nicer Channel. Und ja bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.